Jo Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Wir sind hier noch seitens mal stehen geblieben an der Dungeon, an der Greyshear Dungeon und suchen in der Grotte jetzt eine weitere Königswaffe. Leute, Königswaffen-Action. Ich will auf den Krieg sehen. Ich glaube kaum, dass die sich an der Kälte stören. So, wir haben hier auf jeden Fall schon mal Loot. Darum liegt auch noch mal Loot. Wow. Mal, Slimers. Slimers sind doof. Aber hey, ich habe Feuer- und Eisschaden. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Aber die sind gegen alles immun quasi. Bis auf gegen, gegen eins. Achso, gegen Zauber, gegen Magie. Naja, dann könnten wir jetzt eigentlich eventuell, oder was ist das für ein Zeichen? Licht oder Eis? Eis? Könnte Eis sein. Ja, wir probieren es einfach mit der Waffe jetzt. Mit dem Speer. Wow, 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 wow. Okay, gegen Eis sind die schwach. Aua. Okay, da haben wir sie. Okay, easy. Naja, ich muss ja ja andere Schuhe anziehen. Bäh, 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 bäh. Oh, lol, ich bin schon an einem Punkt vorbeigerutscht. Nimm's. Wow. Das ist sicher? Okay. MP Stase. Dann kriegen wir hier bestimmt ne Eiswaffe. Weiter geht's. Äh, noch nicht ganz. Ich muss erst mal hier, weil er jetzt vermucken hat. Im Kurz alles auffüllen. Ja, Problem ist jetzt, oder dumme Geschichte ist, dass ich da an so einer Höhle schon vorbeigerutscht bin. Aber ich denke mal, wir können jetzt hier wieder hochklettern. Wow, wow, wow. Okay, man muss hier wirklich aufpassen, wo man hinläuft. Da liegt noch. Loot, verrostetes Metallstück. Achso, das war das. Mal, da war wieder Loot. Boah. Wow. Was ist das für ein Vieh? Achso, wieder so ne Spinne. Okay, die ist down. Easy. Aber wirklich einfach. Oh man, hier ist... Hier ist voller Labyrinth und so. Okay, Eis-Element. Ja, ich sag ja, diese meisten sind hier dann wohl gegen Eis schwach. Also war der Eisbär schon mal ne gute Investition. Würde ich mal so behaupten. Ich weiß, da vorne war das Ausrufzeichen, aber ich möchte nur mal gucken, ob hier in der Dungeon da irgendwie was versteckt ist. Irgendwelche Waffen oder sowas. Eventuell oder irgendwelche anderen Loot-Geschichten. Oh man. Was ist denn, wenn ich jetzt Kreis gedrückt halte? Ah. Weil da steht jetzt die ganze Zeit so dieses Kreis gedrückt halten Symbol. Da ist Loot. Aber irgendwie... macht der dann auch einfach nur die ganzen anderen Angriffe. Auf jeden Fall, warte mal. Ich mach mal eben den Wartemodus aus, weil... Durch den Wartemodus hab ich jetzt nicht irgendwie ne Verbesserung... äh... feststellen können. Also ich kann nicht... wirklich sehen... ähm... auf was ich zielen muss, dass ich die Gegner zertrümmern kann. Oder diesen Zertrümmerungsmodus da anmach. Ähm... Gegen welche Waffen und Elemente, die... schwach sind, äh... kann ich ja immer durch die Dings sehen. Nockt. Deine Frise ist eingefahren. Was? Echt jetzt? Haha. Der macht sich Gedanken über seine Frise, Alter. Carbon Reif. Lasst mich mal durch hier. Okay, so kommen wir jetzt noch auf die obere Ebene. Da wo ich gerade die ganze Zeit über... an Loot schon vorbeigeschlindert bin. Müssen wir natürlich jetzt nochmal schauen, ob wir dort alles eingesammelt kriegen. Da kann ich auch nochmal passieren. Aber erstmal gehen wir hier hoch. Na guck mal, er rennt da einfach so hoch, weißt du? Äther. Nein, nicht da runterfallen. So, jetzt gehen wir mal hier durch. Mein Gott. Passiert. Ach. Wieso macht man sowas? Dass man solche Sachen, solche Aktionen... auf denselben Knopf macht wie springen. So steinertes Holz. So, jetzt gehen wir mal hin. Him. What? Ausrutscher. Was ist das? Robin Hood oder was? Er hält ganz schön was aus. Lol, ich hab doch gedrückt, ey. Wow. Misa Samurai, Alter. Geschafft ist geschafft. Richtig, Misa Samurai. Also dann mit dem Viereck, mit dem Blocken, zu den richtigen Momenten, das ist ja auch noch nicht so meins. Aber das kriegen wir noch raus, wie das genau funktioniert und dann... Okay, das ist das Ammonitfossil. Das war das Item, was wir direkt ganz oben, ganz am Anfang gesehen haben. Wo wir direkt dran vorbeigerutscht sind. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Richtung Quest-Symbol. Mal gucken, wir eben auf die Karte. Ja, da hab ich jetzt alles bis auf da, den Weg. Warte mal. Wo ist der Weg? Hinter mir. Dann gehen wir hier nochmal hoch. Ich will da auch nochmal einen Weg lang gehen. Wo war der jetzt hier, die nächste rechts oder was? Oh, von da bin ich ja gekommen. Hier. Auf die Karte ist ja schon vervollständigt, der Weg. Wo war hier denn noch was? Nö, doch da. Verrostete Münze. So, jetzt haben wir auf die Karte alles. So weit, obwohl da ganz hinten vielleicht nicht. Da ist vielleicht noch was unentdeckt. Da ist vielleicht noch was unentdeckt. Okay, dann kann man... Wow. Ich wollte eigentlich da ganz runterrutschen. Aber okay, er wollte es nicht. So, jetzt müssen wir wieder nach links. Oder? War das richtig? Ja. Dem Gang entlang. Aber wobei, ich verstehe oder mich wundert, dass die Viecher hier alle gegen Eis empfindlich sind. Wobei die ja alle in einer Eishöhle leben. Normalerweise würde ich mir so denken, dass die Gegner eigentlich immer dort gegen das Attribut schwach sind. Gegen das nicht in der Umgebung ist. Also wenn jetzt hier Eis ist, würde ich sagen, wäre Feuer der Counter dazu. Wir gehen jetzt mal weiter hier rum. Nochmal. Geradeaus. Okay, hier ist aber nichts mehr. Da ist noch so ein... Stück, was wir noch nicht gesehen hatten. Okay. Dann brauchen wir jetzt nur noch hier lang gehen. Obwohl, wir können auch hier reingehen. Jetzt habe ich mich total erschrocken. Trifft halt viel nicht. Trifft halt viel nicht. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Wie kann ich manchmal solche krasse Moves vorwürfen? Und wo sind meine Dudes? Ich bin schon wieder alleine. Nehmen wir Loot. Sternanhänger. Ausrüstung. Noctis. Guck mal, ich kann einen zweiten Anhänger und habe es nicht gemacht. Ich bin so blöd, ne? Kamera-Träger-Ring. Achso, das war das. Sternanhänger. Ein Anhänger mit Sternmotiv schützt seinen Träger vor Gift. Ja, ne. So, ich habe einen Eisenreif. Jetzt müsste ich mal eben gucken, was ein Eisenreif. Bronze, Eisenreif. Das Eisenreif erhöht das LP-Maximum. Heißt, wir könnten jetzt eigentlich einmal entweder das gehen oder nochmal ein bisschen auf mehr HP. Ich bin eigentlich ziemlich schwach auf der Brust, ne? Vom Angriff her nicht, aber vom Damage her. Also, warte mal, dann muss ich wahrscheinlich die anderen auch noch damit ausstatten. Ja, guckt euch das mal an. Nein. Habe ich von dem Amnist noch einen? Tatsache. Habe ich sogar noch zwei. Der hat den Carbon-Armreif. Was bringt der denn auch? 150, okay. Habe ich für den dann noch einen Eisenreif? Erhöhlt die Vitalität plus 50. Aber was war jetzt immer Vitalität? Da habe ich nochmal einen Carbon. Reif. Geben wir dem nochmal einen zweiten Carbon-Armreif. Der hat einen Titan-Armreif. Dem müsste ich eigentlich auch noch einen Carbon-Armreif geben. Oder einen Eisen-Armreif. Aber habe ich beides nicht mehr. Ja, dann geben wir den jetzt sollten. Geben wir dem. Nehmen wir den erstmal ein grünes Ding. Ach, hier. Bronze-Armreif. Okay. So, Karte-Göpfen. Da ist der Wand. Achso, ne. Okay, das ist eine andere Ebene. Dann gehen wir mal hier lang. Oh, Mann. Was habe ich denn jetzt? Bam. Warte, deine Vieh war noch nicht tot? Loll. Aber warum bin ich jetzt hier die ganze Zeit in den Kämpfen mal alleine? Weil ich meine, der Dude ist schon wieder abgehangen. Ah, da fährt doch dann wieder übel. Wenn ich dann jetzt wieder irgendwo der Boss bekämpfen muss oder so. So wie mit dieser einen Straßensperre. Und dann sind meine Dudes die ganze Zeit weg. Und alleine kriege ich den nicht kaputt. Da ist noch Loot. Weißes Halsband. Ja, gucken wir uns jetzt nicht mehr an. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt will ich hier noch gucken, ob wir die Dungeon fertig kriegen. Äh. Kann ich da lang? Jo. Passieren. Nicht ausrutschen. Ja, ja. Komisch. Jetzt auf einmal können sie mit mir reden, aber... Äh. Wechseln sie trotzdem. Das finde ich immer so ein bisschen eigenartig in dem Game. Sind sie jetzt... Ah, jetzt sind sie auf einmal wieder alle da. Okay. Hier haben wir ein Feuerelement. Das nehmen wir mit. Kapazität ist voll. Ist sehr schön. Gehen wir mal erstmal hier hoch. Direkt neben mir, Alter. Ich will mal das Feuerschwert nehmen. Boah, 2200 Schaden. Wow. Ja, genau. Werf mich mal hier runter, du Mistvieh. Waren, da bin ich wieder. Oh. Wow. Jetzt wird viel da selber runter gefallen. Ich hole die auch da unten weg, mit einem Mischstück. Fail. Auf und auf. Keine Absicht. Fail. Jetzt schlägt die Spinne da oben fest. Oh, maaaan. Die kriegt die ganze Zeit immer wieder Leben dazu, ne? Na, komm. Gehen wir den Weg halt nochmal. Raporti, Raporti. Toll. Erst hat mich das Vieh voll erschreckt. Und dann war ich zwar da oben drauf, aber hey. Hat die nämlich wirklich viel gejuckt, ne? Rieses Vieh. So, auf mein Neues. Achso, und die grünen Sachen sind dann immer so Passiergeschichten. Alles klar. So langsam verstehe ich die Karte. Die Minimap. Wie die, äh, aufgebaut ist. So, die Feuerkapazität war voll. Hier oben war nur die Spinne. Dann wird er die Spawned jetzt neu, oder kann ich mich am Arsch lenken? Okay, dann kann sie mich am Arsch lenken. Da unten wird wohl ne Bosskampf-Arena sein? Hier ist nichts. Hast du überhaupt gesucht? Denke ich. Mist. Nicht verzagen. Och, nö. Oh, wow. Okay, jetzt habe ich es repariert, du Mischstück. Ich wollte da gar nicht reingehen. Ich will weg hier. Jetzt muss ich mal eben hier einen Heiltrank schlucken. Geht nicht. Warum geht nicht? Äh, gegen Gift. Geht auch nicht. Warum kann ich denn keinen Heiltrank nehmen? Können wir auch nicht. Überraschungskombo. Bam. Ach so, lol, die hat mich... Oh, lol, die hat mich gef... Fistet. Kann ich denn jetzt einen Heiltrank nehmen? Ah, jetzt auf einmal geht's. Okay. Überraschungskombo. Ich muss das Vieh kaputt kriegen, der Große. Ah, okay, die ist down. Okay, jetzt haben wir's. Wo hast du das denn gehört? Jetzt haben wir's. Geht doch. Oder? Nee, irgendwo lebt noch was. Schwierig, im Dunkeln zu zielen. Kann niemand das Licht anknüpfen? Ah. Jetzt haben wir's. Schlimm. Das war knapp. Nee, aber dann mit den Heiltränken... Versteh ich nicht. Wieso kann ich die manchmal nicht benutzen? Ich kann sie einfach manchmal nicht benutzen. Aber jetzt ist die Frage, kann ich von hier aus überhaupt das Ziel erreichen? Also, ich kann hier wieder hochgehen. Slimers. Ah, Überraschungskombo. Das war mal wieder etwas leichtere Viecher. Was gehen wir mal hier lang? Das rät zum Ziel. Ob das Schwert hier ist? Wer weiß. Lasst uns noch etwas suchen. Hä? Der Punkt war doch gerade hier, oder nicht? Ach, ehrlich? Lassen wir die Waffen sprechen. So, pariert. Oh man, 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 man. Das ist wieder so ein Samurai. Boah, was? Pariert. Aber jetzt nur noch derselbe, Heini. Okay, danke. Okay, haben wir. Und noch ein Sieg. Technik S, Alter. Geil. Okay, der war nämlich auf einmal nicht mehr gegen den Speer schwach. Der war nämlich dann auf einmal gegen das Schwert schwach. Aber hier ist wieder Eis. Hier müssen wir ein bisschen vorsichtig ranlaufen. Er könnte gehen. Was denn? Hier der Vorsprung. Ja, da gehen wir jetzt so lang. Ah, 23 Minuten, der Part wird wieder ein bisschen mehr länger. Oh, wie im Kühlschrank. Tut mir leid, meine Freunde. Das gebe ich jetzt nicht alles. Aber da kommt, wir machen jetzt hier, komm, wir machen hier eben einen Cut. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir eine Bewertung da. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Leute. Abonniert mich, damit ihr keine Videos verpasst. Leute, und ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit für euren Support, für einfach alles. Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein.